Bald 4000 Kämpfe am Start. Gestern war so ein mittelguter Tag, sag ich mal. Ich bin 14 zu 11 gegangen und viele der Niederlagen waren deshalb, weil spannenderweise einige Teams kein Dialga hinten hatten. Ich immer ein Dialga vermutet habe, aber es kam dann nicht. Und dann habe ich das falsche Pokémon reingeholt. Sehr viele, die jetzt anstelle von Dialga Graudon haben, zum Beispiel. Ich gehe sofort rüber. Moment. Und du holst dein eigenes, finde ich spannend. Oh, ein anderes Giratina. Ja, das zum Beispiel auch ab und zu gesehen, wo die in der Vergangenheit nicht so häufig da waren. Finde ich sehr interessant. Und die größten Änderungen, die spielen mir eigentlich in die Karten, muss ich zugeben. Also so die Meta-Änderungen. Eventuell hier auch gerade kein Dialga. Also die Leute versuchen eher vielleicht einen Dialga-Conter mitzunehmen als das eigene Dialga, was natürlich funktionieren kann. Auf jeden Fall kann das funktionieren. Ah, schade. Obwohl ich spukbar landen konnte. Ich will keinen Schild ausgeben. Und ich will aber auch nicht hier einsetzen. Okay, wenn ich Glück habe. Ruhe. Ruhe. Oh ja. Okay, das Mewtwo reingeholt. Wenn man ein Pokémon, kleiner Tipp am Rande, mit einer Einser-Zug-Sofort-Attacke reinholt, kann man das oft schaffen, hier dann noch runterzufarmen. Bevor man zum Einsatz kommt. Keine Ahnung, warum Sofort-Attacken Priorität über Ladeattacken haben. Gut. Ich pokere, dass du noch Dialga... Naja, nein, Quatsch. Du kannst kein Dialga hinten haben. Oh, dann hast du Mel-Metall vielleicht hinten. Das war dann doof. Obwohl, nein. Das passt schon so. Das passt schon so. Du bist bei Fokusstoß. Weil, wenn ich das Pokémon kaputt mache und das Mel-Metall hinten, kannst du nicht rauswechseln. Und, äh, klar. Fokusstoß und Psychostoß hintereinander? Nein, ich glaube, das geht nicht, oder? Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Okay. Oh, dein eigenes Dialga. So. Die Attacke heben wir uns noch auf. Na, und... Uff. Doch, Dialga. Aber dann finde ich es interessant, dass du das reingeholt hast gegen... Nicht reingeholt hast gegen... Oh, yeah. Oh, yeah, Baby. Ich habe zwei Ladeattacken. Dass du es nicht reingeholt hast gegen mein Giratina, weil das löscht es ja eigentlich sofort aus. Aber finde ich spannend. So, okay. Ich muss... Ich muss mitdenken und nachdenken. Du brauchst zweimal Psychostoß auf jeden Fall. Perfekt. Sauber. Na, Krypto Mewtwo hätte die Sache erledigt. Lass mich kurz überlegen. Na, vielleicht kann es aus deiner Sicht schlau sein, wenn du dein eigenes Giratina da reinholst. Genau, weil du Torgekis vorne gesehen hast. Doch, ergibt schon Sinn. Na, ergibt auf jeden Fall schon Sinn. Aber ich hätte vielleicht auch anstelle von diesem Dialga jetzt ein Melmetal erwartet. Und wenn man das schafft, die Teams so zu durchleuchten, dann kann das sehr vom Vorteil sein. Gut. Ja. Und wirklich, das ist mir gefühlt in dem Punktebereich, wo ich gerade bin, aufgefallen. Hängt immer von den Punkten ab. Ich weiß sie wieder nicht. 2570 oder so. 2560. Na, so um den Dreh. Na, Sekrom. Holla, die Waldfee. Was ist denn heute los? Los. Okay. Einmal schilden und runterfarmen. Wenn du drin bleibst, machst du Stromstoß. Zwei erreichst du nicht. Vor allem, wenn du sie vor... Oh, da erreichst du zwei. Nein, sag nicht. Du holst dir direkt mal einen Schild. Okay, jetzt muss ich nur überlegen. Angenommen, es kommt dann ein Melmetal hinein. Da gehe ich trotzdem, glaube ich, auf Giratina. Da ist es auch schon. Einen Schild hätte ich vielleicht holen können. Das war eventuell doof. Aber du hast mir hier einen kleinen Energievorzug gegeben. Und wenn du nicht einsetzt, schaffe ich auf jeden Fall eine zweite Attacke. So. Na, ich hätte, glaube ich, den Schild ziehen sollen. Ich hätte ihn... Wow, du schildest sogar direkt. Okay, Moment. Jetzt muss ich aufpassen. Bitte setz ein. Okay, du setzt nicht ein. Doch, eventuell. Boah, das wäre genial, wenn du jetzt eingesetzt hast noch. Setz du dir jetzt noch ein? Komm schon. Komm schon, komm schon. Gib noch die Energie aus. Das wäre ja köstlich-schmästlich. Saftig-schmaftig. Nein, leider nicht. Okay, wir machen folgendes. Ich weiß nur nicht, wie mit der Wechseluhr... Ich würde echt gerne Togekiss reinholen, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich kann dann noch nicht wechseln. Nein, die Wechseluhr ist nicht ready. Und deshalb... Bitte. Bitte, bitte. Kein Drago. Oh, okay, sehr schön. Sehr schön. Flammenwurf habe ich bald ready. Du brauchst auf jeden Fall einen Kraftkoloss. Oder 17.000 Steinhagel. Und von daher, ich gehe auf Donner. Das ist die sichere Sache. Bitte lass mich... Ich glaube, Kraftkoloss reicht von hier noch nicht. Und wenn du Steinhagel einsetzt, dann feiere ich ja sowas von dem Quadrat. Der Steinhagel. Perfekt. Okay, Donner. Ich glaube, ich würde so sagen, 70% du schildest, aber... Ob ich zwei Eisenschädler reiche, weiß ich sowieso nicht. Und du denkst, ja, ich behebste den Schild noch für den Flammenwurf. Oh, schade. Okay, jetzt kann es aber nervig werden, wenn du mich mit Steinhageln besiegst. Ah, das war dann doch doof. Du bist schlau. Warum setzt du keinen Kraftkoloss ein? Das ist das Wichtige. Ich brauche diesen Kraftkoloss, weil du kannst nicht rauswechseln. Oh, nein. Nein, das gibt es nicht. Der Flammenwurf ist nicht so stark. Der ist leider nicht so stark. Hätte ich doch geködert. Dann hätte ich jetzt noch einen Eisenschädel geschafft. Aber der Flammenwurf ist auf jeden Fall da. Und ich überlebe eine. Ich schilde sowieso. Ich habe eigentlich gedrückt, aber angenommen, du hast zwei hintereinander, dann könntest du beide durchbringen. Aber dann bin ich im Tiefroten und müsste das noch überleben. So. Gedrückt haben wir. Flammenwurf. Komm schon, Toggekiss. Wäre im Grunde, glaube ich, egal gewesen, ob ich vorher eingesetzt hätte und dir vorher den Schild gezogen hätte. Ja, okay. Man muss das so ein bisschen durchdenken, weil, wenn ich es schaffe, das Mehlmetall am Ende zu haben, was normalerweise in der Macht ist, meinen Toggekiss und meinen Dialga zu besiegen, locker flockig, das hat so schnell Energie. Aber wenn es eben alleine ist und sie nicht rauswechseln kann, dann perfekt, weil dann macht sie vermutlich sowieso nicht den Kraftkoloss. Ich kann doch mit Dialga ganz lange drinbleiben und so, baumassig Druck auf Demeteros. Okay, das ist nicht gut eigentlich. Wir hatten da mal eine Folge, da ist jemand direkt rausgewechselt, weil die sofort, die Gesteinladetacke, die macht so unfassbar viel und fünf Was ist denn da los mit dir? Ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, ich sollte meinen Toggekiss eher behalten. Nein. Hier, Demeteros gewinnt eigentlich ordentlich gegen mich und ich muss leider einsetzen, das ist echt doof. Uh, das ist gerade doof geworden. Also glaube ich wirklich, das eine Mal, wo ich gegen Demeteros in der Führung gekämpft habe, hatte mein Gegner einfach kein, keine Gesteinattacke. Okay. Uh, du wechselst nicht, dann Graudon. Du wechselst nicht, dann Graudon. Ich muss den Spuckball durchbringen. Bitte schilde nicht. Du wechselst nicht, dann Graudon, dann gut, dass ich das Toggekiss noch habe. Leider bin ich in Feuerschlagreichweite. Oh, perfekt, das war ultra wichtig. Das war wirklich unfassbar wichtig. So. Okay, wenn du nicht, da muss, da muss einfach Graudon sein. Oder also, auf jeden Fall nicht die Alga. Demeteros, Melmetal und nicht die Alga. Relaxo können wir auch ausschließen. Machen wir mal das Ausschlussverfahren. Eventuell der große blaue. Das kann natürlich auch sein, weil wozu würde man den da reinholen. Mewtwo. Holla die Waldfee, noch zwei Schilde. Okay, Moment. Jetzt muss ich aber gut überlegen, ob ich lieber hier schilden soll, um da Druck aufzubauen oder wie ich das mache. Weil das Melmetal hat noch ein bisschen Energie. Oh, wie mache ich das jetzt? Doch mal Unheilböen wären genial. Nein. Nein. Oh ja. Nein. Kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Das kann ich nicht bringen. Das muss ich jetzt kurz durch überlegen. Das muss ich jetzt kurz durch überlegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Bitte Fokusstoß, bitte Fokusstoß, bitte Fokusstoß, bitte Fokusstoß, bitte Fokusstoß. Setze ich da einen Eisenschädel oder Donner ein gegen Melmetal? Danke. Oh mein Gott, danke. Danke. Das war wichtig. Ansonsten hätte ich jetzt einen Psychostoß kassiert. Oh, machen wir Eisensch- Oh, so wenig hast du nur noch. Klar, machen wir Eisenschädel. Perfekt. Und du brauchst einen Kraftkoloss und einen Steinhagel und bis dahin, ja, sehr schön. Und dann müsstest du sofort eine Attacke auch ready haben. Sauber. Teams lesen kann ich in der Meisterliga halbwegs. Weil man muss so überlegen, hm, okay, Moment mal. Du hast jetzt hier, ausgegangen hoffentlich, kein Fehler. Du hast jetzt hier gegen mein Giratina, nein, was war da gerade? Doch, gegen mein Ding ins Kirchen hast du das und das reingeholt. Ach, sowas, sorry. Melmetal, ich wechsle in Giratina und du hast nicht sofort gewechselt. Bedeutet, hm, Dialga vermutlich nicht. Dann kann man das schon mal ausschließen. Und es geht hier viel um Dialga, weil das sehr viele Leute im Team haben. Das ist mal so das große Meta-Pokémon wie ein Torgekiss, Knackrack, Metagross und Dragoran in dem Primärcup. Und dann muss man so überlegen, hm, okay, du hast kein Dialga, was könntest du dann haben, warum du nicht reinwechselst? Mewtwo hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, da wolltest du vielleicht noch ein bisschen Vorarbeit leisten, dass ein Psycho-Stoß reicht. War auch ein schönes Play in Wahrheit. Und wenn du sowieso vermutet hast, dass ich mein letztes Pokémon noch Dialga habe, noch einen Extra-Charme. Nein. Extra-Charme gibt keinen Alarm im Darm für den sofortigen Farm. Dialga, wenn es gespielt wird, dann in letzter Zeit muss ich echt sagen, eher vorne. Wirklich. Dialga eher vorne. Auch wenn ich gegen Melmetall dann mein Giratina reinhole, habe ich ein paar Mal gemacht gestern, da kam oft kein Dialga. Hinterher. Wird es klappen, wird es klappen, wird es klappen, nein, klappen. Okay. Du kannst nicht rauswechseln. Und ich habe einen kleinen Energievorteil. Und du hast nur noch einen Schild, bitte den Donner vorher. Ja, ultra-wichtig. Perfekt. Ich habe alles, was ich will. Entweder Melmetall jetzt unten oder alle Schilde weg. Mehr will ich nicht. Ich muss mir nur, ich muss nur wissen, dass Dialga noch einen geladenen Eisenschädel hat. Also der Eisenschädel ist ready und am Start. Wenn dein letztes Pokémon Giratina ist, habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich dann nur noch einen Schild habe. Okay, Kraftkoloss, du willst mich also direkt beseitigen. Wenn das noch ein Kraftkoloss ist, genial. Und dann gehe ich sofort in Giratina rein, dass du nicht wechseln kannst und nicht mehr noch Energie holen kannst. Perfekt, danke dir. Das war echt gut. Sofort nicht auf die Wechseluhr warten. Ich brauche hier die Energie. Ich brauche hier, tu nicht hier die Zeit schinden, bitte. Dein Angriff ist um die Hälfte reduziert. Es dürfte relativ wenig machen, aber die Wechseluhr, die Wechseluhr, hebst du nicht auf, hebst du nicht auf. Yes, okay. Also, Eisenschädel von, ich wusste es, ich wusste es und ich hoffe, du hast nicht wechseln können. Ich glaube, das war dein Plan, die Attacke abzufangen. Und, perfekt. Keine Faxen machen, obwohl, machen wir Faxen. Machen wir jetzt Faxen. Sehr schön, letzten Charme schon ausgeholt, wenn das Spukball ist, bin ich weg. Das, das war's. Das war's. Oder nein, ich bin noch gar nicht weg. Ja, umso schöner. Sauber. Sehr schön. Jo, Meisterliga, was da los? Demeteros, muss ich mir überlegen. Denn Demeteros kann ich, das ist schwierig. Wenn man die Gesteinattacke bei Demeteros hat, das ist echt schwierig und ein Wechsel auch heikel. Ich will aber nicht direkt 1 zu 0 mit den Schilden gehen, also ich einen Schild verwenden, Gegner noch 0. Das ist ungemütlich. Okay, nochmal, die im Pikachu Outfit, ist gar nicht möglich. Doch, also rein theoretisch schon. Und ich, kann einen Spieler nicht zweimal im selben Set bekämpfen, aber wenn es für sie zum Beispiel schon das neue Set war, dann können wir trotzdem gegeneinander kämpfen. Das ist so die Sperre, die es seit geraumer Zeit gibt, weil es ja doch nervig war. Man verliert gegen jemanden, kämpft nochmal und bekommt den nochmal und wird wieder hart gekontert. 2, 3, 4, da hatte ich neulich ne 5, lustige Situation, 6, 7, da hat jemand geschildert und zweimal und immer Surfer. Ich dachte, er kann mich irgendwie bekommen, ich weiß nicht, aber ich, ich schilde mit Absicht auch einen Blizzard nicht. 6, 7, was habe ich gerade gelabert? Das sind 10. Ich habe bis 7 gezählt, jetzt noch 3 Attacken. Das ist Blizzard, mach mich, oh Surfer, das ist umso besser, wirklich, das tut so weh hier zu ködern. Das macht das nicht, bitte macht das nicht, wenn ihr gegen mich kämpft. Ich meine, warum gebe ich euch die Tipps, wie ihr gegen mich spielen sollt, aber das ist so schlecht, das ist jetzt so eine schlechte Situation, weil ich geladene Energie habe. Das ist ganz mies. Das ist wirklich, das ist ja eine ganz miese Angelegenheit. Ich glaube, ich schaffe es sogar zweimal Unheilböden, obwohl gegen die Alga, ah, riskieren wir es. No risk, no fun. Doch, klar, ich habe Togekiss. Okay, Moment, jetzt müssen wir uns beruhigen. Jetzt müssen wir uns beruhigen, wenn ich da jetzt keine Schild bekomme, dann ist das ganz doof. Ah, perfekt, was ist denn da los? Nein! Nein! Hey, jetzt wartet mal. Ich habe das Pokémon gerade ordentlich zerlegt, aber irgendwie. Hm. Boah, Flammenwurf wäre lecker. Flammenwurf wäre lecker, schmecker. Das Diage ist schon auf der Hälfte und hat genau die Energie ausgegeben. Ich schilde mein Togekiss. Ach, was, das ist ein, das ist, das ist, jetzt farmst du mich runter, Moment mal. Oh, nein! Ich hätte doch nicht Flammenwurf, dann wäre ich noch dieses Eierroass. Nein! Nein! Das war mein Fehler. It was at this moment, that he knew. Okay, Flammenwurf, das war gut. Nein, das habe ich ja komplett versemmelt. zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay. Nein, 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 du hattest also noch Bonusenergie. Oh, das wird wehtun. Was machen wir? Einmal Donner oder zweimal Eisenscheel? Noch ein Flammenwurf. Holla, die Waldfee, okay, alles klar. Hier wäre Draco Meteor nicht schlecht, aber du hast mich sowieso direkt ausgelöscht. Ah, die Niederlage habe ich verdient. Die habe ich echt verdient. Die habe ich verdient. Warum gehe ich auf Flammenwurf? Warum nicht einfach die sichere Sache zweimal Eierroass? Warum bin ich so? Das wäre ein 5 zu 0. Ja, wäre, und wenn der Gegner da die Fehler nicht gemacht hätte und so, aber, oh, das ärgert. Das ist schade, das wäre so zum Greifen nahe gewesen. Aber wirklich schön gespielt. Wirklich, das war zu schlau für meinen Kopf, auf jeden Fall. Panzer Aeron hätte ich gerne einen 100er, da muss ich echt sagen. Sollte mal eine Levelerweiterung kommen, und das kommt dann vielleicht auf 2500 für die Hyperliga. Das wäre schon genial. Also von Panzer Aeron hätte ich gerne ein gutes. Ist mir mal so eingefallen, weil Panzer Aeron, manche haben damit Erfolg gehabt, jetzt schon. Und das kommt nur auf, glaube ich, 2100 WP, je nach IV, die man hat. Apropos IV, genau, das will ich haben. So sieht es aus im Schneckenhaus. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir bekommen von weißes Quadrat auf weißes Quadrat. Okay. Wieder bei 2601. Boah, dieser, also, boah. Der Kampf am Ende, der schmerzt. Ein 5 zu 0, das wäre köstlich gewesen. Das wäre köstlich-schmöstlich. Na gut, das war mal ein bisschen länger. Aber, wir machen trotzdem noch eines. Denn ich muss sowieso den Kumpel, ich muss jetzt alle 5 Sets direkt machen. Aber ich will auch ein paar Mal durchführen, wo ich mich echt konzentriere so. Denn immer labern, vielleicht der ein oder andere Fehler wäre nicht so passiert. Auf der anderen Seite, wenn ich laut rede, dann passieren teilweise auch weniger Fehler, weil ich dann Sachen ausspreche, auf die ich ansonsten vielleicht gar nicht kommen würde. Bitte nicht ködern, bitte nicht ködern, bitte nicht ködern, okay. Na komm, tu mir den Gefallen. Tu mir nur diesen Jawoll. Okay, das ist schön. Jetzt kann ich runterfarmen, ohne Energie ausgeben zu müssen. Wenn du was schaffst, dann nur noch Unheilböen. Eventuell hast du sogar nicht mal Unheilböen. Oh, perfekt. Oder es hat knapp einfach nicht mehr geklappt bei dir. Aber in der Regel haben die Leute nichts so wirklich als Antwort außer Melmetall und dann setze ich Energie ein und habe auch einen Schild. Dann sind die Schilde ausgeglichen. Ah ja, ein Graudon. Okay, aber leider habe ich einen ordentlichen KP-Rückstand. Normal ohne Schilden gewinne ich das immer. Eine knappe Angelegenheit. Aber hier muss ich ein bisschen investieren und ich wechsle einfach nicht. Ich will das direkt loswerden. Gehe dann auf noch ein Aeroas, obwohl ist das schlau. Oder irgendwie raus und das aufheben. Also Giratina, Graudon. Ich würde eher fast sagen die Alga hinten drin. So in der Art. Problem ist aber auch jetzt, muss ich ehrlich zugeben, du kannst hier farmen. Also klar, meine Charme machen schon viel. Du kannst dich komplett runterfarmen, aber du könntest doch, hättest noch ein paar mehr machen können. Okay. Dann lassen wir das mal so. Ich habe leider nicht mitgezählt. Das ist zum Beispiel so die Sache. Es heißt nicht, dass Graudon jetzt auf Null ist. Und das wäre wichtig zu wissen. Nämlich genau hierfür. Eins, zwei, okay, du wechselst sofort auf die Alga. Ich weiß nicht, warum ich drin bleibe. Ich weiß echt nicht, warum ich drin bleibe, muss ich ehrlich sagen. Boah, das ist dumm. Je nachdem, ob du schildest. Schauen wir mal. Nein. Oh, ich weiß nicht. Ist es das Schlaue, jetzt drüber zu gehen? Schaffst du jetzt zwei? Das ist echt dumm. Nein, ich glaube doch nicht. Das ist doch nicht so dumm. Einmal schilden. Perfekt, macht nichts. Eisenschädel und dann, du kannst ja nicht mehr schilden. Das Graudon muss auch ein bisschen was machen. Eventuell, wenn ich es ganz stark vermassle und sich das Graudon ein Erdbeben für Giratina direkt aufheben kann. Ah, der Schild war doof, dass du den geschildet hast. Also, für mich, aus meiner Sicht doof, für dich war es schlau. Noch einen Eisenschädel packst du nicht und da sollte ich jetzt genügend Druck aufbauen können. Ja, das wird nichts mehr. Und da geht er auch raus mit der krassen 3D-Brille. Ah, das wäre schon, das wäre schon die 6er-Serie. Was war denn da los mit dem Kampf? Nein, egal, man sollte sich nicht darüber aufregen, sondern über die guten Aktionen freuen. Ich muss aber echt sagen, ich habe so viele Kämpfe analysiert, auch in der vorherigen Season. Diese Season noch gar nicht so viel Zeit reingesteckt, muss ich ehrlich zugeben. Aber was hätte man anders machen können? Wie kann man es anders spielen? Was ging da schief? Wo müsste ich noch Energie farmen? Okay, Togekiss gegen Togekiss. Aufgrund der Updates und so hat sich das nun geändert. Wenn eine Person schildert, ist nicht garantiert, dass die, die schildert, runterfarmen kann und einen Charm mehr hat. Die Dinge von Niantic ändern sich von Season zu Season. Deshalb setze ich hier mittlerweile immer gleich ein. Manchmal gleich oder wenn der Gegner nicht einsetzt, dann so mittendrin irgendwo und ich schilde hier gar nicht mehr. Okay, je nachdem, ob du, du setzt gleich ein. Ah, dann doch schwierig, muss ich sagen. Wir versuchen es mal anders. Togekiss-Führungen habe ich häufig gesehen. Ich hoffe nur, dass du keinen Boost hast. Ich schaffe noch zwei nämlich. So. Okay. Zwei. Zu einer Attacke kommst du nicht und ich hole mir ordentlich Energie bei Giratina. Das ist echt krass. Also, du schaffst keine Attacke mehr. Mein Giratina ist dann zwar schon weit unten, aber ich habe einen Spukball. Ich habe einfach jetzt einen Spukball. Und ein Spukball, außer da kommt ein Relaxo rein, der landet überall. Oh, was? Willst du mich auf den? Hä? Jetzt mach nicht diesen. Ich hätte schon fast gedrückt, weil ich einfach so der Meinung bin, da kommt sowieso kein Relaxo. Oh, okay, das wird jetzt ein Schild-Mindgame. Ich habe zwei Schilde. Ich habe zwei Schilde und du weißt das. Und wir beide wissen, und du schildest jetzt hier sogar, okay, der Schild, der war so in der Art, hm, ja, auf der anderen Seite, wenn das ein Erdbeben ist und ich schilde nicht, dann, ich wusste es, ich wollte eigentlich nicht drücken, aber irgendwas hat, mein Finger hat dann doch noch ich, ich habe keine Ahnung. Ich hasse dein Leben. Ich verliere jetzt, wenn dein letztes Pokémon dir an, das geht, ich gebe, ich gebe, ich gehe doch weg, ich gehe doch einfach nur, okay, Moment mal. Ich habe einfach zweimal Bodyslam geschildert, ich wusste es so sehr, hätte ich nicht das, und das gibt es im Primärcup in jedem einzelnen Kampf. In jedem einzelnen Kampf gibt es das im Primärcup. Oh, ich habe ja eine Attacke ready. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, dass ich eine Attacke ready hatte. Nein, ich dachte, ich habe hier keine Energie. Bitte schaff nichts. Ja, okay, wer gewinnt den Gleichstand, wer gewinnt den Gleichstand, wer gewinnt den Gleichstand, was ist denn da los? Okay, ich habe einen Spukball einfach so hergeschenkt, aber vielleicht war das sogar schlauer. Ernsthaft? Jetzt überlegt euch das mal. Oh, was war das für ein Kampf? Alter Schwede, mein Puls. Neulich hat jemand kommentiert, meine Videos sind Beruhigungsroutine für ihn. Was für Beruhigung? Das ist alles außer Beruhigung. Das ist eine Entruhigung. Aber jetzt ganz kurz, bevor ich den nächsten Kampf starte. Ich will das versuchen zu erklären. Oder gehen wir das im Kopf durch. Ich hätte mit meinem Spukball das Giratina ausgelöscht. Dann wäre Relaxo reingekommen. Ich kann nichts gegen Relaxo machen. Das Relaxo farmt, 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 holt sich 100 Energie und schlägt mich runter. Und macht dann mein Dialga sofort kaputt. Mit einem Erdbeben. Ich glaube, so hätte ich verloren. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, so hätte ich verloren. Und das sind die Dinge, die muss man in den Kopf hineinbekommen. So muss man denken. Das ist zwar in der Meisterliga gar nicht so oft so wichtig, aber das hat mich wirklich, muss ich sagen, die Hyperliga so ein bisschen gelehrt. Der Primärcup. Da habe ich so ein kleines Umdenken begonnen. Na und ja. Das ist ultra wichtig. Das muss man, darüber muss man sich bewusst werden. Oh, ein Shiny. Nein, die machen ja mehr Schaden, wie wir alle wissen, nicht. Ich gehe wieder direkt auf Errors. Das war gerade echt genial. Das war wirklich genial. So. Und ich hoffe, ich gewinne den Gleichstand. Ah, du hast wohl ein paar KP weniger. Deshalb warst du vorher im Game. Das ist nicht cool. Ich will eigentlich, dass die Gegner zuerst sehen, wegen Schild oder nicht und so. Ich habe eigentlich, okay, sehr schön. Ich habe eigentlich gedrückt, wollte ich sagen. Ich will, dass die Gegner sich zuerst entscheiden müssen, muss ich ehrlich sagen. Weil jetzt schilden sie auch nicht. Das finde ich schade. Nein, das ist gar nicht gut. Man könnte meinen, das ist gut, aber das ist nicht gut, weil den Charme schaffe ich nicht extra. Du hast jetzt eine Sofortattacke. Ne, okay. Ich gehe mit Geratina rein. Wenn du die Alga holst, hole ich sofort die Alga. Drei, ne, vier, ne, fünf. Und du setzt sofort ein, weil du mich aufweichen möchtest. Aber warum ist die Frage? Jetzt habe ich schon ein bisschen Energie. Und ich glaube, ich setze dann Unheilböen gegen zwei. Okay, Moment mal. Was hast du vor? Das gefällt mir gerade nicht so. Das gefällt mir gerade wirklich nicht so, muss ich sagen. Warum wechselst du nicht? Und ich, ich ködere nicht mal und die Schilden sowieso. Och, du meine Güte. Den überlebe ich jetzt noch. Das tut mir echt leid. Ich habe Unheilböen nicht wegen des Boosts eingesetzt, sondern weil ich möchte, dass das Mewtwo eigentlich noch überlebt. Na so. Das ist jetzt, das ist natürlich ganz krass. Muss man wirklich sagen. Das ist gerade unfair. Da kann ich nichts machen. Das tut mir leid. Ich will. Wow. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ein Schild und Abfahrt. Du hast sofort eingesetzt. Eigentlich wissen wir beide, dass es Psycho-Stoß ist. Aber wir wissen auch beide, dass dein letztes Pokémon nicht Melmetal. Sag nicht Melmetal. Sag nicht Melmetal. Was? Demeteros. Ach du meine Güte. Alles Klärchen. Okay. Na okay. Na okay. Verdammt. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe einfach nicht mitgezählt. Oh. Sehr schön. Erdkräft. Sieben. Okay. Eins. Zwei. Drei. Wie viel macht denn so ein Eisenschädel? Demeteros hinten. Was sind denn das für Teams? Und ich sage es. Kein Dialga. Man vermutet so Dialga. Man erwartet Dialga. Da muss man echt sagen. Hat mir der Boost bei Giratina schon ordentlich geholfen. Das muss man zugeben. Das muss man wirklich sagen. Der hat dazu beigetragen, dass der Kampf hier völlig eindeutig war dann am Ende. Ja. Aber hey. Vielleicht wer gerade an der Wand anläuft und kein Team hat. Die Leute sind alle bei 2600. Die sind schon weit oben. Und eventuell funktionieren die Teams bei denen. Da sind schon interessante Dinge dabei. Es gefällt mir nicht, dass viele Togekis vorne sind, weil ich hoffe, dass dadurch nicht die Togekis-Konter dann in den nächsten Tagen zunehmen. Muss ich ehrlich zugeben. Okay. Direkt Errors. Ich hoffe, ich gewinne den Gleichstand. Moment mal. Bin ich einen Charm vor? Nein. Das war nur gerade ein Anzeigefehler. Okay. Wenn nämlich beide gleich viel Angriff haben, dann ist es einfach zufällig, so als würde man einen Würfel rollen. Perfekt. Kommt noch einen Charm. Jawohl. Das funktioniert nicht mehr, Leute. Das sieht man doch. Okay. Und das ist eingesetzt. Das Runterfarmen funktioniert nicht mehr. Aber ich finde es sogar schade, weil eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr KP jetzt für Giratina. Das... Ich hätte vielleicht einfach aufhören sollen anzugreifen. Aber ich wollte, dass du Energie einsetzt. So. Jetzt habe ich nur zwei Sofortattacken. Das ist nicht gut für jetzt ein Dialga, das reinkommt. Aber ich droppe... Oh. Eigenes Giratina. Wieder kein Dialga im Team. Wieder kein Dialga im Team. Aber was könnte es sein? Deshalb rauswechseln ist jetzt gefährlich, muss ich sagen. Rauswechseln ist jetzt gefährlich. Auf der anderen Seite, weil du den nicht geschildert hast, was zum Henker? Wenn du Melmetal hinten hast, ich wechsle jetzt so. Ah, schade. Ich hätte noch warten sollen, dass ich sehe, wie viel... wie viele KP ich noch habe. Na, knack, krack. Was geht denn mit den Leuten ab? Na, was geht denn mit den Leuten ab? Du köterst nicht mal auf Erdbeben. Na, alles klar. Das kann noch gefährlich werden, aber ich habe zwei Schilder doch. Das kann ich eigentlich nicht mehr vermasseln. Na, so. Du machst den Sandgrab-Sperm. Ich muss sagen, hättest du auf Erdbeben aufgeladen. Das sind... acht anstelle von fünf Attacken. Und dann hätte ich eventuell geschildert. Muss ich zugeben. Aber nur mit Sandgrab. Nö. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das so, deine Strategie sofort Sandgrab einsetzen, dass die Sofortattacken auch schon mehr Schaden machen. Kann ich voll und ganz verstehen. Okay. Ich muss noch ein paar Sofortattacken. Komm schon. Ein paar Sofortattacken noch. Ah. Ultra knapp. Und mir völlig egal. Mach zweimal Sandgrab. Ich muss beide Male schilden und runterfarmen. Ich muss jetzt. Das wäre... Pokern auf höchstem Niemium... Wir wissen alle, dass da Sandgrab kommt. Wir wissen es alle. Es ist klar. Und es kommt noch mal Sandgrab hinterher. Aber perfekt. Kommt doch nicht mehr. Na, sehr schön. Dann gehen wir... Ja. Zur Sicherheit wollte ich auf den Spuk, weil jetzt habe ich sowieso was für sehen aufgeladen. Na, gut. Ich dachte, ehrlich gesagt, das Gegenteil würde passieren. Mehr Dialga, weil die beim Go-Fest da waren. Aber, glaubt nicht, dass die Dialga so das Ticket für Rang 10 ist. Weil, auch sehr viele Leute Konter gegen die Dialga haben. Eine ganz klare Angelegenheit. Boah, das wäre schon eine 10er Serie. Wenn ich die... Ja, wäre, wenn... Hätte... Fahrradkette, den einen Kampf nicht so vermasselt hätte. Okay. Also, man muss auch ein bisschen damit umgehen können. Und deshalb, es kann auch schlau sein, im Primärcup Metagross weglassen und einen Metagross Konter reinnehmen. Weil man sowieso weiß, 80% aller Leute, die Zahl habe ich mir gerade aus der Luft gegriffen, haben Metagross. Und in der Meisterliga war es eigentlich so, Ich glaube, sogar jemand hat mal all seine Kämpfe in einer Season aufgezeichnet, in der vorherigen. Und es war irgendwie 70, 80%, dass sie im Team waren. Und 30% sogar in der Führung. Ja. Und wenn man das prozentuell so sich dann... Okay, jetzt geht's los. Konzentration, Ruhe da hinten in den Kommentaren schon wieder. Ich finde es ja nett, aber bei sowas muss man sich jetzt schon konzentrieren. Hier, die haben kein Dialga mehr drin. Ich meine, Dragoran ist fast noch schlimmer, muss ich ehrlich zugeben. Da muss ich's direkt loslassen. Ich lass los. Lass jetzt los, wie die Eiskönigin einst schon sagte. Okay. Aber farmen kannst du nicht. Hey, 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 hey. Mein Kollege, farmen kannst du auf jeden Fall nicht. Bei Dragoran hasse ich es mitzuzählen. Es sind 20 Sofortattacken für Arkan, aber da gehe ich so ein bisschen nach Gefühl. Wow, es hat schon aufgeblinkt. Ich warte noch ein kleines bisschen. Es wäre natürlich jetzt genial mit Dialga rein und Aber ich muss natürlich das hier machen. Ich hätte noch länger warten sollen. Ich hatte noch eine Sekunde, glaube ich, auf der Uhr. Und du setzt mit Absicht nicht. Okay. 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 Da ist der Arkan. Aber ich hätte ihn sowieso nicht geschildert, weil warum soll ich mein Torgekiss hier aufheben? Das wird nichts mehr. Das ist also ein Dragoran dann reinholen ist sogar fast noch schlimmer, weil jetzt könnte vielleicht noch ein Dialga warten. Einzige Möglichkeit, wie ich gewinnen kann, ist, wenn du nur Steinhagel einsetzt, aber du kannst ja rauswechseln. Der Kampf ist gelaufen. Melmetal vorne, da mache ich mir gar nichts vor. Da mache ich mir gar nichts vor. Du kannst sogar meinen Torgekiss mit Sofortattacken dann besiegen. Und du hast noch ein drittes Pokémon und ich schaffe ja nicht mal dieses Melmetal hier. Und du schildest sogar. War noch nicht mal Draco Meteor und du schildest sogar. Hör doch auf damit. Hör doch einfach auf. Na komm, gib mir den Steinhagel. Das wäre anders köstlich-schmästlich. Es ist so lustig. Und da kommt ein Giratina und wieder dass das nicht fliegen kann. Was ist denn da los? Ja, aber die Geist-Sofortattacken, die machen auch schon ein bisschen was. Der Arkan war ungemütlich, aber andersrum, stellt euch jetzt mal vor. Das wäre nur eine Drachenklau und kein Orkan gewesen. Gegner hat keine Schilder mehr. Ich farm runter, farm runter, farm runter, farm runter und dann einfach Flammenwurf gegen Melmetal. Na zack, gewonnen. Und genau das ist eben die Sache mit Energie und Farmen und die Stars am Ende, wenn man das irgendwie schaffen kann. Aber zweimal 4-1 hintereinander. Ich bin mehr als zufrieden. Vor allem in dem Punkte-Bereich. Ist schon bald hier, je nachdem an welchem Tag. Aber Top 500. So, Pokémon noch ansehen. Nein, Flamly, heftig, däftig. Ich bin so froh. Also dafür würde ich auch, ey, die Alga leistet großartige Arbeit. Dafür würde ich auch sämtliche Raid-Pässe ausgeben. Warum Mega-Raids und irgendwelche Legendären? Nein, die stecke ich für ein Flamly rein. Das hilft mir im PvP. Logok ist ja wohl der Top-Conter in der Meisterliga. Das ist schön. Und wir gehen von Moment, 2603 oder so, ich weiß es nicht, auf 2637. Das dürfte, das dürfte jetzt mein Rekord sein für die Season bisher. Na gut. Wie auch immer, danke fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop. Boop.